Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir die Thanos Challenge, bei der es darum geht, alle mythischen Waffen in einer Runde zusammen zu sammeln und damit einen epischen Sieg zu holen. Also, ganz genauso wie Thanos das Ganze mit den Infinity-Steinen gemacht hat, werde ich es am Ende schaffen, die Gegner wegzusnappen und den epischen Sieg zu holen. Das seht ihr im Video. Also, guckt es euch an. Ladies and Gentlemen, willkommen zur Thanos Challenge. Ey, was geht hier ab? Ich habe das gar nicht richtig aufgedeckt. Und Spieleanzahl auch unbekannt. Das war es hier aber wirklich komplett. Egal, ich snap jetzt alle weg. Wenn alles richtig läuft, bin ich gar nicht der Einzige im Bus. Drei, zwei, eins, boom! Oh mein Gott, das hat funktioniert. Ich bin der Einzige im Bus. Aber wo ist mein epischer Sieg? Hey, hallo, ich müsste gewonnen haben. Äh, bist du da draußen noch da? Dann lass mal schnell ein Like und ein Abo da. Und trag mal einen Crater-Code ein. Vielleicht bist du der Einzige. Ich glaube, ich habe alle weggesnappt. Lass mal so ein Fenster gucken, ob noch jemand da ist. Oh, oh. Neue Runde. Neuer Thanos-Modus. Es geht los, Freunde. Wann kommt endlich dieser LTM wieder? Wo sollen wir runtergehen? Ey, warte mal, ich kann ja nicht irgendwo runtergehen. Was erzähle ich denn da? Wir können nicht irgendwo runtergehen. Okay, Freunde. Ultimative Thanos-Challenge. Wir müssen uns jetzt auf die mythischen Waffen konzentrieren. Und das wird gar nicht so einfach werden. Denn ihr wisst ja wahrscheinlich, die mythischen Waffen werden einfach in Tresoren bewacht. Wir müssten theoretisch bei allen drei Targets gleichzeitig sein. Also bei allen mythischen Tresoren. Aber das ist einfach völlig unmöglich. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal bei Eclipse State runter. Und werden uns dann um die anderen Sachen gleich kümmern. Oh, oh. Hier sind ja schon all die Leute unten. Ey, wartet mal auf Big Baba Bubuthanos, Mann. Was er für einen geilen Gleiter dabei hat. Ich glaube, die Sonne geht schon unter. Wir müssen uns beilen. Ich muss ein paar Waffen einsammeln. Wir brauchen das Equipment, um einzubrechen. Und dann werden wir auch ganz schnell wieder abhauen. Ey, wir feiten ja schon welche. Egal, das ist gut. Dann sind die alle abgelenkt. Mehr Zeit für uns. Wir operieren in den Schatten, Leute. Ich glaube, das TV hätte ich noch mitnehmen sollen. Wobei, wir haben ja nicht genug. Erstmal Kamera ausschalten. Und dann ein bisschen Boom machen. Granite Launcher könnten wir mitnehmen. Brauchen wir aber diese Runde nicht. Ey, Kado. Was ist dein Problem, Mann? Wir machen alles kaputt hier mit C4. Du wirst auch drauf gehen. Explodier einfach. Kado, du musst leider sterben. Hey, du checkst nicht mal. Aber erstmal treffen, ne? Ja, es tut mir gut, Mann. Ich liebe das, wenn du immer triffst. Und wenn dein Gegner kommt, dann abstaubt. Perfekt, wir haben ihn. Äh, erste mythische Waffe ist schon mal am Start. Ey, Hauptsache, da ruft mich gerade einer an. Ey, ich kann jetzt gerade nicht. Ich muss die Welt retten. Was ist denn los hier? Mehr durchheilen. Kados ist einfach unvermeidbar. So schnell war ich noch nie hier drin. Ist mir irgendwas anderes geknackt worden? Ich wusste es doch. Ich bin einfach ein Speedrunner geworden. Wir haben den Granite Launcher. Perfekt. Wir gucken mal ganz schnell hier rein. Aber nur wegen ein bisschen Heilung. Und vielleicht finden wir noch ein paar Impulsgranaten. Da verschwinde ich von hier. Okay, das ist nur Morgz hier. Boah, das ist eine goldene Pumpgun, ne? Junge, die ist geil. Boah, alter geil, ey. Unnormal, ey. Ich liebe diese Pumpgun. Die sieht doch einfach am geilsten aus. Was ist euer Lieblings-Pumpgun? Okay, mitnehmen und abhauen. It's time to leave here. Thanos hat eine Mission vor sich. Hi und tschüss. Ich brauche halt noch dieses andere Ding. Oh, wer bist du denn, mein Großer? Willst du ein bisschen Ärger haben? Okay, ich impuls mal gerade nach draußen. Mach's gut, Jungs. Ja, kein Bock auf den Fight. Was ist denn das kürzere Ziel? Wir könnten nach unten gehen. Und das Gute ist, wenn der Rifty Rifty noch da ist. Was ist denn Rifty Rifty? Was, Bruder? Ihr wisst schon, wenn der Rift noch da ist, dann können wir es schaffen. Oh, das ist Kabi. Oh, Kabi. Tu's nicht, Mann. Don't kill the Boss. Soll ich ihn gehen lassen? Kann ihn nicht gehen lassen. Tut mir leid. Zu viele Zeugen hier. Kabi, bleib stehen, Mann. Ist da noch einer? Ich hau doch lieber ab. Gefällt mir überhaupt nicht. Ey, ich sterbe hier fast. Was passiert hier gerade? Ich versuche ein bisschen zu entertainen und dann passiert einfach das hier. Vielleicht sollte ich einfach abhauen. Ich bin heute nicht so gut drauf. Ist das euer verdammter Ernst? Was ist das denn hier? Was ist denn hier los? Aber hier ist es einfach offen. Wir machen einfach alles voller Eis und ich komme trotzdem durch. Perfekt, der Rift ist noch da. Haut rein. Das ist richtig gut gerade. Jetzt können wir eine Menge Meter machen. Das Ding unten wird schon eingenommen. Schwierig. Wo soll ich hingehen? Wir fangen die hier unten ab. Oh Gott, die haben auch noch mal den Schlüssel. Okay, wir gehen doch da hin. Mal gucken, ob dieser andere Boss noch irgendwo spawnt. Die Waffe brauche ich ja auch noch von dem hier. Ui, wir haben diese Runde sehr viel vor. Wer schießt denn hier schon wieder auf mich, hä? Warte, bis ich gleich am Snappen bin. Dann ist es vorbei mit dir. Hoffentlich sind die noch nicht abgehauen. Aber ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Die sind nicht so schnell wie ich. Hauptsache, das Ding hier wirklich eingenommen. Aber das ist gut. Im Bestfall finden wir zwei mythische Waffen. Ohne kann ich sowieso nicht rausgehen. Das ist so böse. Die machen einfach die ganze Arbeit. Und dann kommt einfach Big Barbo-Bubu-Thanos. Und snappt sie einfach weg hier. Oh, was höre ich denn da? Die sind noch da unten. Was mache ich hier gerade? Ich schieße einfach zurück automatisch. Chillt mal kurz. Ich muss mich noch eben heilen. Ich bin ein bisschen low gerade. Aber wenn die noch da unten sind, dann können wir die easy peasy kriegen. Das Blöde ist halt nur, wie komme ich hier rein? Ich vergesse das immer wieder. Das ist der Piste Eingang hier. Ey, geh mal nicht schwimmen jetzt, Mann. Nicht, dass die jetzt rauskommen. Und ich gehe einfach rein. Das wäre so bad einfach. Hey, Freunde. Thanos ist hier. Wartet mal kurz. Ich brauche noch ein bisschen Heilung. Familie-Kid ist einfach gar keine Zeit. Aber das können wir mitnehmen. Wie sieht das denn aus? Alter. Schnell, Bruder. Lauf. Wie komisch das aussieht. Ey, wo sind die? Weggelaufen? Als ob die oben lang gehen. Habe ich ja noch nie gesehen. Eine Undercover-Mission hier. Das ist die Mission in der Mission. Hä? Die haben wir auch relativ gut gebaut. Wir müssen aufpassen. Bleibt da mal kurz stehen. Wir können mit euch reden. Einfach außerhalb der Zone unterwegs. Ey, kann man hier wirklich raus? Nein, die riften einfach weg. Euer Ernst? Ey, das wird jetzt doch viel geiler werden. Ich bin einfach die Flugpolizei. Alarm für Cobra 11 hier. Bleiben Sie sofort stehen und lassen Sie die mythischen Waffen fallen. Das ist der letzte Aufruf jetzt. Ich mache das so gut gerade. Hauptsache ich lobe mich einfach selber. Aber sonst macht es ja keiner. Da ist einer vor mir. Er sieht mich. Uh, das hat aber ganz schön weh getan. Kann das sein? Ich habe keine Metz dabei. No. Stirb doch einfach, Mann. Ansonsten komme ich jetzt gleich rüber. Oh. Was will denn der andere von mir? Der rusht mich einfach und der killt sich selber. Der hat sich selbst in die Luft gejagt. Ja, was passiert, wenn du dich mit Tardos anliegst, Mann? Kommen Sie sofort runter. Sie haben auch keine Chance. Der checkt überhaupt gar nicht, wo ich bin. Der checkt ja gar nicht. Der arme. Der hat so gute Arbeit geleistet für mich. Uh, danke, mein Freund. Was habt ihr denn mitgenommen? Habt ihr beide? Grum Gun auf jeden Fall. So, die nehmen wir mal ganz kurz in die Hand. Die brauchen wir aber nicht. Das schießt der nächste auf mich. Was ist denn hier los, Mann? Was wollt ihr alle von mir? Autogramme gebe ich später, Mann. Kaum spiele ich Tardos, bin ich voll fame. Ich sag's euch. Guckt euch den an. Was willst du denn, Mann? Geh mal weg. Wenn der da ist, dann meldet er wahrscheinlich auch noch irgendwo hier, ne? Wie soll ich das denn alles schaffen? Ich hab keine Heilung dabei. Bleib mal unten, Mann. Das ist gar nicht so übel, glaube ich. Und weg mit dir, du Rinozoros, Junge. Was möchtet ihr von mir? Du willst sterben? Oder willst du mir mythische Waffen bringen? Ach so, ich hab's vergessen. Thanos hat ja eine Gefolgschaft. Das sind die, glaube ich. Ey, jetzt aber nicht abhauen hier, Mann. Du gehst nirgendwo hin, Mann. Komm mal ganz schnell wieder runter. Ich hab halt keine Heilung. Das Medikit-Name. Ey, ich geh doch jetzt nicht wieder da rein. Aber ich glaub, ich muss da wieder reingehen. Ich hab die andere Waffe nicht dabei. Oh je, oh je. Pumpgun wegwerfen. Eine goldene, schmackhafte Pumpgun muss weggeworfen werden. Für irgendeine ekelhafte Schimmelwaffe. So, damit ich am Ende wirklich sagen kann, ich hab alle. Hä, wie kannst du denn noch leben, Mann? Mega sassy. Wer hätte bitte gedacht, dass ich zweimal eine Runde in denselben Tresor reingehe? Ist die Waffe hier? Let's go. Oh, da vorne ist sie. Die schäbigste von allen, aber ich nehm sie trotzdem mit. Mal kurz durchheilen. Dann hauen wir hier ab. Okay, Leute. Kleine Verzögerung, aber wir sind wieder live für sie da. Die Waffe ist am Start. Wir gehen jetzt gleich nach da unten, weil da werden auf jeden Fall noch weitere mythische Waffen sein. Wir holen uns die My Hero Academia natürlich auch noch. Was wird so heftig werden? Sag euch, Big Baba Bubu Thanos, wer ist stolz auf uns? Nein. Das Gute ist, dass wir ziemlich viele geile mythische Waffen gerade schon am Start haben. Das heißt, es sollte ziemlich einfach gehen, jetzt noch den Rest zu finden. Hier war, glaube ich, irgendwo einer. Ich habe auch ein bisschen Angst. Egal. Wir holen uns trotzdem die Smash-Fähigkeiten. Bereitet euch vor, Freunde. Neue mythische Waffe kommt in 10 Sekunden wahrscheinlich. Kann der überhaupt schwimmen? Das ist so eine geisteskranke Runde. Und, Ladies and Gentlemen, da ist sie. Smash-Fähigkeit. Wir haben fünf Stück im Inventar. Die nehmen wir auch nochmal kurz mit. Werfen sie weg. Hat einer mitgezählt? Wie viele mythische Waffen hatten wir bereits in der Hand? Gegenstände zählen natürlich auch wieder Granite Launcher. Schlappen wir uns jetzt noch ein paar andere Gegner. Ich glaube, hier waren irgendwo welche. Das Geile ist, wir können ja den Granite Launcher mit dem My Hero Smash einfach verbinden. Das wird böse werden. Wo seid ihr meine Gegner? Oh, da ist einer. Bist du ein Freund? Ich glaube nicht. Kann das sein? Vielleicht war da wirklich ein Freund. Ich sage euch, hier kocht irgendjemand. Irgendjemand rastet hier voll aus. Tschüss, wie viele Waffen liegen da rum? Hä, der schießt man da oben? Der ist doch in der Luft. Geh drauf. Oh oh, der geht aber nicht drauf. Setzten alle die Deko-Fähigkeit ein. Aber nicht auf mich, oder? Oh, was passiert hier? Ich will auch gleich mal einsetzen. Und Feuer! Tschüss, hau, Reitmann. Coole Aktion und so. Die sind jetzt alle tot? Schaut euch das an. Die sind so viele mythische Waffen. Ich glaube, es sind fast alle. Hilfe. Wir nehmen mal kurz die hier auf jeden Fall mit. Wo ist die Pumpkan im Mütig? Oh, die hat er gar nicht. Oh, Kids Pumpkan hast du auch dabei. Perfekt. Ich glaube, wir haben alle. Kann das sein? Nein, eine fehlt noch. Es ist die Pumpkan, die oben bei der Insel ist. Die holen wir uns gar nicht noch. Ich muss irgendwas wegwerfen, das ist sonst zu heftig. Ich brauche auf jeden Fall Heilung mit dabei. Die haben wir, glaube ich, auch nicht mitgenommen, oder? Ey, ich weiß es gar nicht mehr. Was passiert hier? Ich glaube, ich habe alle Waffen einmal berührt. Dann können wir jetzt nach oben gehen. Wer hat denn die Pumpkan geklaut, Mann? Das ist halt doch nicht so ekelhaft. Ich habe völlig die Kontrolle verloren. Ey, das wurde gar nicht eingenommen. Als ob. Was macht ihr denn die ganze Runde? Die ist nicht normal. Da unten liegen so viele mythische Waffen rum. Fortnite ist ja komplett durchgedreht. Aber ich liebe es einfach. Thanos wird noch stärker. Das Hauen. Das ist kein normales Schnipsen. Ich nimmst hier gerade Gegner aus der Lobby raus. Geht jetzt mal einer drauf? Drei weniger müssen es sein. So eine Runde gab es noch niemals zuvor. Kommt noch eine Pumpgun dazu. Dann können wir die andere Stinker endlich wegwerfen. Ey, das sollte es gewesen sein. Wir haben es geschafft einfach. Ich habe keine Ahnung, wie viele. Wir hatten zehn Stück. Zwölf? I don't know. Ich weiß nur, das sind alle Waffen, die man in einer Runde kriegen kann. Mehr geht einfach nicht. Ihr müsst die auswählen. Vorne war noch irgendwer. Dann schnappen wir uns jetzt auch. Ich glaube, da hat jemanden wiedergeholt. Wenn es nach mir geht, können wir die My Hero einsetzen. Ja, ich bin schon fast durch damit. Der ist sowas von weg. Oh mein Gott, wo ist der hingeflogen? Oh oh, der hat die auch. Muss weg. Kein Bock da drauf. Hoff mal nicht. Hoff mal nicht, Alter. Du kriegst das jetzt selber ab. Das hast du jetzt da vorne. Hey, wieso treffe ich nicht? Oh oh. Nicht gut. Der trifft ziemlich, ziemlich heftig. Dein Ernst? Ich hau lieber ab. Ich habe ein bisschen Angst und so. Ich gebe zu, dass der wirklich stark ist. Er baut mich ab. Und ich schaff's nicht. Und ich habe noch weniger Energie. Ich glaube, ich bin tot. Und der Not. Ich will das noch gewinnen. Nicht schon wieder verlieren. Was passiert in letzter Zeit so häufig? Hä, wer geht denn auf mich drauf, Mann? Thanos, Alter. Ich dachte, der wäre stärker geworden. Okay, der Jonas ist schon mal weg vom Fenster. Aber hier war noch irgendwer. Ey, die treibt mich aber auch die ganze Runde, die Zone. Hast du jetzt mal Thanos in Ruhe? Da geht einer über die Brücke. Den schnappen wir uns jetzt erstmal mit einer Pumpgun. Boah, der dachte, das wäre ein Vogel gewesen. Es war ja auch fast ein Vogel. Vogel Thanos. Kennst du nicht? Ja, ich auch nicht. Ich glaube, da vorne ist der Rest. Die schnappen wir uns jetzt. Sie haben keine Chance gegen mich. Ich werde immer stärker. Guckt euch das an. Hä? Ey, ihr teamt doch nicht, oder? Ihr seid Teamer gewesen. Ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Ich kann mal den so teamen, bitte. Und das ist die letzten beiden. Das wird ein Easy Win werden. Ob noch einer was mythisch ist? Warum chillt denn der Bot da mitten drin? Boom. Den letzten snappe ich weg. Er wird sterben. Ich muss ihn gar nicht killen. Guckt zu und lernt. Stirb. Jetzt. Stirbt er nicht? Ich habe doch alle Infinity Steine. Ich habe doch alles richtig gemacht. Oh, er kommt. Wir stecken uns jetzt einfach vor dem. Hinter dem. Kleiner Übertreiber nix. Du ekliger. Er hat mir aufgelauert. Alter, der hat mich erschrocken. Ich wollte ein bisschen Spaß machen. Du bist so ekelhaft. Er hebt ab. Und kommt nicht mehr wieder. Was solltest du aber, mein Freund? Das Einzige, was dich jetzt noch retten kann, ist die My Hero Fähigkeit. Ey, das gibt es gar nicht. Der hat sich schon wieder versteckt. Warum? Hat der richtig Angst vor mir? Oh mein Gott, der ist so ekelhaft. Er schießt schon wieder auf mich. Ist das dein Ernst? Der Typ ist ja wieder besser im Verstecken. Er versteckt sich und operiert dann aus den Schatten. Oh, ich laufe nicht drauf. Nein. Meine Maus ist leer. Irgendwas funktioniert hier nicht mehr. Wow, ich kann nix machen. Ich glaube, ich bin tot. Aber diesmal wirklich. Hä, es geht wieder. Sie ist wieder back on track. Boah, mit jedem Trick hier, ey. Er setzt echt jeden Trick ein, den er kann. Er will unbedingt gewinnen. Aber ist ja auch kein Wunder. Thanos hat halt so krasse Waffen dabei. Wird Zeit für unseren nächsten Move. Er bleibt mal draußen, Alter. Er versucht jedes Mal mitzufahren. Ich hau ab. Aber was stimmt hier nicht bei mir? Boah. Let's go. Wir haben es geschafft. Das war ein Schwitzer. Alter, hat der geschwitzt, Mann. Es war einfach der ultimative Schurke. Aber nicht gegen Thanos. Jetzt seid ihr dran, Freunde. Probiert das Ganze selber aus. Schreibt mal in die Kommentare rein, wie viele mythische Waffen habe ich in der ganzen Runde gefunden? Waren 10, 12, vielleicht nur eine? Keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.